Yo, hallo liebe Freunde, wir sind hier wieder zurück bei einem neuen Video von Let's Play Star Wars Battlefield 2 Ja, wir haben jetzt ein neues Auto Wollte mein Bruder nicht tun so, als wäre das nur uns Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent Dieser Sturm ist unnatürlich Ich habe sowas noch nie gesehen Die Bewohner müssen Todesangst haben Das ist erst der Antwort Wenn die Leute sehen, was wir haben, haben wir diese Angst nicht länger lang zu verbreiten Aber warum hier auch funktionieren wie die Zivilisten nicht? Zivilisten sind Entweder unsere Leute gehen vor Das sind unsere Leute Diese Welt gehört zum Imperium Und wir sollten sie beschützen Und dann brauchen wir halt noch ein Auto, um einfach mal zum Einkaufen fahren und nicht auffällig zu sein Und deshalb halt einen neuen Arm und hier rein So schlimm Ja, wir sind heute damit viel rumgefahren Boah, ich kann so eine Scheiße gerne sein, weil es trotz geht Das war eigentlich das Thema Eine dreckliche Kiste ist ja Ja, da ist ja auch eine Prinzessin Lea-Küste Das sieht mich aber ganz sicher nett aus Hä, Alter, das ist ein Skin Ja, ich habe nicht mehr mit dem Trick Gerade ist Skin, Prinzessin Lea-Küste Was ist das für Skin? Ja Ja Wie ist das für ein fucking Prinzessin Lea-Küste? Hä? 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 vielleicht doch besser mitzunehmen klick mal auf die drauf alle wüsste jetzt nicht dass es das ist mehrere darauf drücken naja es gibt nur was ich hier machen unser treppen vielleicht die treppen da hochgehen ich bin voll aufgeschmissen das ist die das ist die komm ich denke es soll hoch und wir können die so dumm langsam hätten die nicht einfach einstellen können dass du hier auch hier ich habe eine menge ich will nur eine freigabe zu abreißen die 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 Sektor ist jetzt offiziell abgeriegelt. Naturereignisse gehen mich auf nichts an. Lass uns doch wenigstens in Tati. Zivilisten dürfen nur bis zum Kontrollpunkt. Es wird Verletzte geben und Tote. Deshalb wurde ja die Abriegelung angeordnet. Sie dient ihrem Schutz. So bitte, lassen wir uns umbeschütten. Wir sind beschütten. Alle vor dem Zeitplan startenden Schiffe werden abgeschossen, ohne Ausnahme. Wo hekt? Schluss mit der Fragerei. Heftig. Ist heftig. Da lasst die Leute nicht raus. Ein bisschen wie so fashionable aus. Richtig fesch. Ohne rüber redet, eh so schön. Ja, wenn du ja sagst, dann kannst du dich vielleicht doch bewegen. Ich glaube wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Wir müssen warten und können nur hoffen, dass das Imperium weiß was es tut. Ja, verlasst euch mal da drauf. Das ist das C3PO. So. Die Sicherheitsprotokolle dienen ihrem Schutz. Versuchen Sie nicht, Bardo's zu verlassen. Flugabwehrstellungen werden ungenehmigte Luftfahrzeuge zerstören. Bleiben Sie zu Ihrem Schutz zu Hause. noch nicht von dem Protokoll. Ne. 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 Ich hätte das schon... Alter... Sie leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie ein Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommandos. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Fass. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Hey, cool. Ich kann laufen. Lass mich jetzt bitte nicht wieder normal gehen. Das war einfach Füße. Ernsthaft, warum funktioniert das? Oh mein Gott. Na gut, je nichtens weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Und ich warte nicht, ob ich sowas dazu sagen habe. Ja. Das ist jetzt der Acht. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Acht sich durch Zigerlassen verbrannt. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entweder. Oh, unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Das war ein Zockfeld. Oh, krass, ein Läufer. Ja? Ja, ich bin hier Let's Player machen, ja. Ich bin hier selbst Spieler, ne? Ja, ich habe gerade was zu dem Spielgeschehen gesagt. Ich habe gerade was zu dem Spielgeschehen gesagt, deswegen... Ich will doch nur zurück zu meinen Kindern, was die von all dem Weg bringen. Was machen die denn? Ich glaube, wir können nichts machen. Arben, Leute. Ja, mit Fliegern meinst du? Meinst du jetzt mit Thai-Jägern? Ich habe hier Kampagne schon genug davon gehabt. Was ist das wahrscheinlich wieder? Ja. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre, bis sie bliehen. Sie bildet loyale, fähige Trupple aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie ein Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kummer. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimatfahrt. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft wirklich sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Appirals befolge. Vergessen Sie die Befehls-Kette nicht. Ah, endlich bin ich ein bisschen schneller, mich beweging. Das ist der Appiral, oder? Na, wer ist es? Das ist der App. Ich bin halt immer so einer, der auch in die Ecken gehen will und dann nichts verpassen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe mir übrigens meine Videos selber angeguckt und das war aufgefallen, dass ich mir die Zerstörung des Todes stand ganz gut. Ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt es mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 wow. Zwei! Ja, gehören zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unsichtig. Kommandor. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los. Los! Wow, 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 was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay. Wir bringen sie weg. Los. Nein. 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 Komm mal, wagen Sie! Ich bin Ihr Commander. Waffe runter! Nein. Unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat-Gleb hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Kommanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird ein Untergang sein. Admiral Versio. Kommander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Oha, was geht ab. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Feuer frei! Das ist gescheitert. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Ey, du musstest dich hier näher knallen. Ich weiß nicht. Nein. 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 den durchgang wir müssen zur corpus und raus aus imperialen herrschaftsgebiet dann müssen wir die flugabwehrkanonen ausschalten ganz ruhig die corpus wird nicht mal wissen dass wir kommen uns fällt schon mal sein leute damit war das die aufnahme ich gehe jetzt ins bett deswegen mache ich jetzt auch keine weitere mehr aber sieht sich